moin leute was geht i smokey als philipp und rio also lias sag hallo und ja wir präsentieren euch kann aber ich präsentieren gesagt habe unseren haus hier unsere villa ja unsere skyland und also keine ahnung was das sein soll ein sternhaus kann und eine bahn ja unsere todesachterbahn ja und leute wenn ihr mal mitspielen wollte also hier sein wollte also ja warum dann müsst ihr erst mal ein abo da lassen leiten und kommentieren und ihr soll der ps4 oder ps5 spielen und ja sagt entsprache und ihr leute ihr herzlich gehört wenn ihr wollt dass wir ein paar zwei machen sollen von einer autobahn oder das alles zusammen oder nur von einer achterbahn dann machen wir es auch ob es länger haben wollte und bis kürzer haben wollte und ja schreibt das alles in die kommentare und ja ich sagt seine familien jeder das abonnieren sollte weil ich will noch die ende des jahres 1000 abonnenten knacken und ab 1000 abonnenten mache ich ein giveaway und ja starten wir mit dem video und gehen wir mal hier in dem haus so hier hier war mal einen tisch habe ich keine ahnung wo er ist dann hier ist die tische ich weiß ich weiß ich weiß gerne hier ist das ganze essen ein cake dann ja kann man die musik spielen sieht man hier sieht man hier und dann gehen wir mal rauf das ist mein zimmer im blauen bett natürlich natürlich keine ahnung bücher ich lesen bücher auch in recht sein zimmern ohne fest und so roten bett nicht natürlich auch bei mir das ist der unter und hier ist wieder der tisch ja 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 dann kommen wir auf den dach in die elias oder kommt zu den stern wir gehen jetzt zu den stern hier hoch wir zeigen und wir machen euch ein sterntor so wir haben hier eigentlich noch nix wir haben dabei nicht dekoriert aber trotzdem zeigen wir mal doch er hat schon dekoriert das ist so ein gäste zimmer sagen wir so ein gäste skyland links herunter hier können sie bücher lesen und ja und hier können sie die schöne aussicht sehen aus dem geld auch sogar mit der village seht ihr alles und ja aber zeigen ist trotzdem bei jedem bei jedem zimmer können vier leute schlafen und ja es sieht alles gleich aus wenn ihr wirklich wissen wollt aber andere aussicht natürlich wieder 14 und hier können hier können wie viele leute 8 16 leute jungen wenn ihr wollt ihr müsst auf ps4 oder ps5 spielen und ja ich hatte in den kommentaren eure playstation user und dann er sich rechnen können zu mitspielen und ja das das ist es jetzt gehen wir zu der bahn kommen mit dem hier aber wenn ihr die bahn mal fahren wollt sagt es beschert hier die geht sehr wert und sagt ob es länger oder vier zu machen sollen und ja warte ich platziert mal elias gehen mal als erstes auf die du als erstes ja es wird durch die schmerzen und dabei nicht aber aus sich ja ja er bleibt stecken der will mich am Arsch lecken ja leute reden wir drüber nicht was hier fehlt hier fehlt eins und ja leute misst kurz renovations machen hier fehlt auch eins kommt mir wartet kurz leute so ok kommt gehen wir wieder mal hoch take two natürlich wieder machen ja könnte ich war schneller du gehst wieder als erstes gemacht ja leute ich werde mehrere wie minecraft videos machen und so was wenn ich auch etwas machen die auch so schön dabei also auch also in mein Kraft was man machen wir könnten wir können ein Gameplay machen das ist durchspielen oder keine Ahnung irgendwas sowas oder noch eine Bahn machen oder selber machen mit Leuten geht doch weiter hier ist Wasser auf Jimmy aber Part 2 haben wir schon am Plan dass wir eine längere und eine geilere machen also eine neue Welt haben wir doch drüber geredet Leute werden als ein wir machen dann natürlich Part 2 4 hier Fischer anschauen man sagt der hat am meisten der will nicht am Arsch lecken egal so Leute gleich kommt die Base wo wir als erstes die Map gestartet haben und der kann nicht helfen fahrt hoch fahrt hier jetzt hier ist die Base wo wir am Anfang gestartet haben hier hier haben wir als erstes gestartet jetzt ja dort drin ist sogar ein netter Ding nein ich gehe zurück warte auf mich Elias ah ja Leute das ist bisschen was im Chaos aber trotzdem ist geil oh mein Gott so und das ist es und ja hier am Aquarium und ja Leute wenn ihr die Bahn wir zeigen euch mal die Bahn ganz normal wenn ihr sie jetzt nicht gut gesehen habt ja wenn man hoch hier hier natürlich fahren wir hier Ding Ding Dang hier fahren wir mal es ist jetzt nicht die schnellste Bahn aber das ist eine geile Bahn aber wir müssen sie besser was renovieren natürlich natürlich m ja wir müssen noch besser schnell machen weil irgendwo haben wir auch paar Sachen gepost da müssen wir auch noch da müssen wir auch noch jetzt gehe ich hier hier sind wir reingegangen dann ja da dann hier runter hoch runter ja ich gehe mal weiter nach oben so da müssen wir es auch noch machen ja Leute schreit in die Kommentare ob wir eine ach ja in die Tonne in die Kommentare ob wir die schnellste also nicht die schnellste aber eine Achterbahn durch die ganze Insel machen sollen ich helfe das mal in die Kommentare ja wir müssen in die nächsten Videos also in die nächsten in die nächsten fünf Videos insgesamt 100 Likes bekommen dass wir dann durch die ganze Map eine Achterbahn machen und wir müssen dann noch dazu die 500 Abonnenten nein wie viel sollen wir weil ich habe gerade 270 denke ich ja 270 wie viele Abonnenten sollen wir dafür knappen auf meinen auf meinem Main Account 300 ja 500 sagen wir 400 na 500 wir müssen in die nächsten fünf Videos äh in die nächsten fünf Videos 100 Likes bekommen und 500 Abonnenten also eines von beiden müssen wir holen also müsst ihr holen 100 Likes 100 Likes nein 500 Likes in die nächsten fünf Videos oder oder wir holen die 500 Abonnenten in die nächsten Monat also ersten August dann hier gehen wir weiter 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 ja Leute schreibt sie mit Tom in Kommentare ob ich wollte wieder Tonnen Tage sagen ob wir die Bahn noch größer machen sollen weil die Chance groß aber aber wir müssten es größer machen wir müssten es größer machen wir müssten es größer machen wir müssten zugeben Leute ja wir müssen es zugeben Leute dass wir es größer machen sollen aber ja ich sag ja nur ciao also bis nächstes Video und ja dann ciao 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 Vielen Dank.